Herzlich Willkommen beim Motorrad Magazin. Heute zu einer Neuheit, die wir in unserem aktuellen Heft der Ausgabe 7.21 schon drin haben, allerdings noch ein bisschen gedarnt und noch nicht mit vielen Infos dazu. Aber jetzt ist alles da, die Rede ist von der Triumph Tiger Sport 660, einem, wie ich finde, nach Durchsicht der Daten vielleicht interessantesten Modelle für das kommende Jahr. Warum das so ist und natürlich alle Daten und Fotos und Facts dazu, die präsentiere ich euch gleich. So, herzlich Willkommen zurück beim Motorrad Magazin. Wir sind ja mitten in der heißen Phase. Die Neuheiten für 2022 werden der Reihe nach präsentiert. Der Kollege Chaoth hat ja vieles schon bei uns am Kanal gezeigt und heute bin ich dran mit der Triumph Tiger Sport 660. Ich habe schon erwähnt, das könnte eines der interessantesten Modelle für das kommende Jahr werden. Warum? Weil es ein richtiges Universalgenie sein könnte und das Ganze verbunden mit einem wirklich freundlichen Preis. Ich nehme es gleich vorweg. Wir bleiben vierstellig sogar in Österreich mit 9.895 Euro. Deutschland natürlich einiges günstiger. 8.700 Euro zuzüglich Nebenkosten. Was man dafür bekommt, ihr seht es da schon bei mir am Schirm und wir blenden die Fotos auch dazwischen ein und die Videosequenzen, die wir bekommen haben. Es ist ein Crossover Bike. Triumph selbst sagt Adventure Sports dazu. Es bleibt beim Gleichen. Wir sagen lieber Crossover Bike dazu, weil es geht darum, dass die Eigenschaften von verschiedenen Gattungen verschmolzen werden. Auf der einen Seite haben wir die Gattung des Naked Bikes. Von dort kommt die Schlankheit, auch ein gewisser Purismus. Natürlich der Straßenfokus mit 17 Zoll Rädern. Dazu aber etwas längere Federwege, ein bisschen erhöhte Sitzposition, aufrechtere Sitzposition von den Reise Enduros. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Halbschalenverkleidung mit einer ordentlichen Scheibe von den Sport-Tourern. Das Konzept ist natürlich nicht neu. Wir kennen das natürlich von den Tracer-Modellen von Yamaha oder auch den XR-Modellen von BMW. Und mir kommt schon vor, dass dieses Segment immer beliebter wird. Ist auch kein Wunder. Wir hatten ja im letzten Jahr zum Beispiel die F900 XR von BMW im Dauertest. Also das ist wirklich ein Allround-Motorrad und genau sowas könnte eben auch die Triumph Tiger Sport 660 werden. Schauen wir uns uns einmal im Detail an, das Technische. Ich habe schon gesagt, die technische Basis, also der Grundstock wird ja eigentlich vom Naked Bike übernommen, von der Trident 660. Ein Bike, das wir sehr gut kennen, weil wir das 2021 im Dauertest haben. Da kommt dann auch wahrscheinlich in einiger Zeit, in ein paar Monaten, kommt dann das Dauertest-Resümee. Das könnt ihr dann auch bei uns am Kanal sehen oder natürlich im Heft lesen. Also von der Trident 660 ist es sozusagen der Organspender für die meisten technischen Komponenten. Völlig unverändert übernommen werden der Motor, der Rahmen, die Bremsen, die Räder und auch das Assistenzpaket, also das Elektronikpaket. All das wird eben völlig unverändert, ist hier zu finden. Damit auch der Motor inklusive Getriebe, inklusive Schalldämpfer. Das ist der famose Dreizylinder von Triumph, den wir eben in unserem Dauertest-Bike wirklich zu lieben gelernt haben. 660 Kubik, 81 PS, 64 Newtonmeter. Damit hat man wirklich flotte Fahrleistungen, Charakter. Das ist ein wirklich kerniger, sportlicher Motor, aber trotzdem auf der anderen Seite auch sparsam. 92 dBA, das heißt man hat auch mit unseren Tiroler Freunden keine Probleme. Also wirklich sehr, sehr schöner und vor allem ein ganz eigenständiger Motor in dieser Mittelklasse. Neu, jetzt habe ich ja erwähnt, was alles übernommen wird von Trident, aber es ist natürlich auch einiges neu. Wie schon am Anfang erwähnt, die Federwege, die sind doch deutlich angewachsen auf 150 Millimeter vorne und hinten. Bei der Trident haben wir 120 vorne, 133 hinten und damit einher gehen könnte, zumindest erhoffen wir uns, dass auch ein bisschen höherer Federungskomfort. Weil das ist der einzige doch kleine Punkt, den wir an der Trident zu bekritteln haben, dass die sehr, sehr straff abgestimmt ist. Also der Fahrkomfort könnte ein bisschen höher sein. Aber genau dieser Punkt könnte eben da erfüllt werden mit den 150 Millimeter langen Federwegen bei der Tiger Sport 660. Diese höheren Federwege haben natürlich auch ein bisschen höhere Sitzhöhe zur Folge. 835 Millimeter, das ist um 30 Millimeter mehr, aber das ist relativ moderat und das Bike ist ja relativ schlank in der Mitte. Also ich glaube, da könnten die meisten Fahrerinnen und Fahrer gut zurande kommen und es gibt natürlich im Zubehör dann auch noch niedrigere Sitze, wo man wieder ein Teilwett machen kann, dieser erhöhten Sitzhöhe. Die Federelemente, ja da gibt es noch zwei Besonderheiten. Die Gabel steht ein bisschen flacher vorne, das verlängert ein bisschen den Radstand, aber wir reden da um ein paar Millimeter, ich glaube 17 Millimeter sind es mehr Radstand. Und das Federbein hinten, das hat ein Handrad für die Vorspannungsverstellung. Das ist auch ganz schlau, wenn man bei so einem Motorrad natürlich oft mit verschiedenen Beladungszuständen unterwegs ist und der Fall ist dann natürlich einfacher, das schnell anzupassen. Ich habe erwähnt, dass der Rahmen identisch ist, das stimmt auch, der Hauptrahmen. Der Heckrahmen ist allerdings neu, der wurde verlängert und auch robuster gestaltet. Ist natürlich klar, man will einem Beifahrer oder einer Beifahrerin mehr Platz verschaffen, also die Sitzbank ist in Summe länger, deswegen ist auch der ganze Heckrahmen länger und er ist robuster ausgelegt, um ordentlich Gepäck aufnehmen zu können. Und auch das nehme ich vorweg, also das Gepäcksystem ist wirklich stattlich. Wir haben Hartschalen, Seitenkoffer, als Zubehör natürlich, die Seitenkofferbefestigung, damit die es rausbringen, die ist schon serienmäßig beim Bike an den Flanken integriert, relativ dezent integriert. Und dazu gibt es, wenn man will, auch noch einen Gepäckträger und ein wirklich großes Topcase, über 50 Liter groß, das ist tauglich, dass darin zwei Integralhelme Platz finden. Also in Summe hat man dann ein Gepäckvolumen von rund 110 Liter, also das ist in etwa so viel, wie es Berner Honda Goldwing gibt. Also da ist man wirklich gut gerüstet, um auf Reisen zu gehen. Dem Thema Reise geschuldet ist dann auch ein etwas größerer Tank. Bei der Trident haben wir 14 Liter, hier haben wir dann 17,2 Liter und wir wissen ja, dass die Verbrauchswerte von der Trident recht, recht moderat sind. Also mit diesen 17 Liter kann man ganz locker über 300 Kilometer Reichweite, also auch das ist fürs Touren sehr, sehr angenehm. Nicht zuletzt an vorne, ich habe es schon erwähnt, die Verkleidung ist ja natürlich auffällig sehr schön gelungen mit den zwei LED-Doppelscheinwerfern. LED-Tagfahrlicht gibt es keines, aber noch so ein Positionslicht, das wirklich sehr, sehr hübsch aussieht. Ihr seht das ja in den Sequenzen, die wir euch einspielen. Dazu ein großer Windschild, schaut schon ziemlich stattlich aus und ist angeblich mit einer Hand verstellbar. Also auch das sehr gut gelöst und hinter der Verkleidung finden wir dann ein Instrument, ein Konami-Instrument, das auf den ersten Blick neu ausschaut. Aber wenn man genau schaut, es ist genau identisch mit jenen der Trident 660, also auch das wurde übernommen. Es steckt nur in einem anderen Gehäuse, eher fünfeckiges, seckiges Gehäuse. Es gibt ein bisschen andere Graphics dazu, aber die Funktionalität ist die gleiche. Wir haben oben ein LC-Display, weiß auf schwarz, für die primären Fahranzeigen, also für den Dach und für die Drehzahl. Und darunter dann ein farbiges TFT-Display, wo man dann vieles andere ablesen kann. Dann mehr, wenn man die optionale App-Connectivity wählt, dann kann man das Smartphone anbinden, dann kann man Musik steuern, Anrufe entgegennehmen, die GoPro steuern und man kann auch ein Navigationssystem auf der App bedienen und sich die Richtungsanweisungen per Piktogramme hier auf diesem kleinen DFT-Display einspielen lassen. Zwei Fahrmodi haben wir auch, genauso wie auf der Trident, Rode und Rain. Wir haben ein ABS, ist ja vorgeschrieben, und eine Traktionskontrolle. Die Traktionskontrolle, die Wirkungsweise, regelt sich mit dem Fahrmodi mit und man kann sie auch zusätzlich ausschalten. Was wir nicht haben, ist ein IMU, also ein Sechsachsensensor für schräglagenabhängige Systeme, aber das ist in dieser Klasse auch noch nicht wirklich sehr verbreitet. Also die meisten Mitbewerber haben das noch nicht. Damit sind wir gleich bei den Mitbewerbern, wo ordnet sich die Triumph Tiger Sport 660 ein? Natürlich, die Tracer-Familie haben wir schon genannt, die Tracer 7 wäre ein Modell, das man damit vergleichen kann, oder auch von Kawasaki die Versys 650. Im erweiterten Umfeld Suzuki SV 650 und BMW F57 S kann man auch nennen, aber die letzten beiden gehen dann schon mehr in Richtung Reise, Enduro und weg von diesem Crossover-Gedanken. So, wie schaut es mit dem Gewicht aus unterm Strich? Wir haben 206 Kilo vollgetankt, also das ist eigentlich ein sehr schlankes Reisebike, wenn man das so will. Aber das Bike hat ja wie gesagt auch mehrere Funktionalitäten, ist sicher genauso gut geeignet für den Einsatz im Alltag, beim Pendelverkehr, für Abendrunden, für flotte Ausflüge und eben mit entsprechender Ausstattung auch für Weitereisen. 206 Kilo, das ist um ca. 17 Kilo mehr, als die Trident hat. Man darf nicht vergessen, das Bike hat ja einen größeren Tank, das sind also ca. 3 Kilo allein dem höheren Tankvolumen, wenn man vollgetankt die beiden Bikes vergleicht, geschuldet. Und der Rest, daneben längere Federelemente, der Heckrahmen und die Verkleidung, das kommt dann eben auf diese 17 Kilo. So, wie immer bei Triumph haben wir von Anfang an auch ein schönes Zubehörprogramm, über 40 Teile werden es am Anfang schon sein, mit denen man die Tiger Sport 660 noch zusätzlich ausrüsten kann. Ein paar Teile habe ich schon erwähnt, das ist natürlich das Gepäcksystem, Seitenkoffer, Gepäckträger, Topcase. Es gibt auch eine Tourenscheibe, die ist dann noch einmal größer. Also es gibt auch schon erwähnt eben die App-Connectivity mit der MyTriumph-App. Was haben wir noch? Treifendruck-Kontrollsystem, z.B. Lauflichtblinker, wo man die schon serienmäßigen LED-Blinker ersetzen könnte. Zusatzscheinwerfer gibt es, einen Komfortsitz, einen niedrigeren Komfortsitz, Abdeckungen, Motorschutz, also wirklich sehr, sehr viel. Griffheizung darf ich auch nicht vergessen, natürlich auch sinnvoll, wenn man auf Eisen geht. Aber es gibt leider zwei Dinge, die es nicht gibt, die für einen Reisebike sinnvoll wären. Das wäre der Tempomat auf der einen Seite und der Hauptständer, also die zwei Sachen werden nicht angeboten. Man kommt die Triumph sehr bald, kommt sie sogar schon im Februar 2022, wird sie geliefert. Und wie alle Triumph-Modelle mit einer 4-Jahres-Garantie und auch mit extrem langen Serviceintervallen. 16.000 Kilometer oder ein Jahr ist das Serviceintervall, also die gibt es kaum jemanden in der Branche, der ein längeres bietet. Und Triumph ist auch sehr, sehr stolz darauf, dass insgesamt die Unterhaltskosten für dieses Bike sehr niedrig sein sollen. Also das könnte nicht nur ein Bike fürs Herz werden, sondern auch ein Bike für die Vernunft. Wie sich die Triumph Tiger Sport 660 fährt, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und das werden wir bald wissen, wir werden es noch in diesem Jahr wissen. Die Fahrpräsentation ist kurz vor Weihnachten angesetzt und ich werde dort dabei sein. Es soll auf Sardinien stattfinden und bin schon wirklich gespannt, ob die hohen Erwartungen, mit denen ich jetzt da hineingehe, ob die wirklich auch gerechtfertigt sind und dass der erwartete Allrounder ist für die Saison 2022. Ja, also wie gesagt, es geht Schlag auf Schlag, es kommt eine Neuheit nach der anderen. Einen großen Schwung erwarten wir dann natürlich rund um die EICMA, die ja am 23. und 24. November stattfindet, hoffentlich stattfindet. Wir sind dann auf jeden Fall vor Ort und auch wenn es vorher was gibt, wir berichten natürlich laufend. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen netten Kommentar auch noch zurücklasst zur Triumph Tiger Sport 660. Wie gefällt sie euch? Was haltet ihr von solchen Crossover-Konzepten? Habt ihr da selbst schon Erfahrungen damit? Fährt ihr sowas? Also das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen bei der nächsten Neuheit oder vielleicht schon bei der von der Fahrpräsentation der Triumph Tiger Sport 660. Also bis dahin und bis zum nächsten Mal.